Herzlich willkommen im Hause Sutter. Größtmögliche Lebensmittelsicherheit, optimale Frische, nachweisliche Qualität und bester Geschmack. Das ist für uns bei der Firma Sutter eine Selbstverständlichkeit. Wir sind Ihre Landmetzgerei im Herzen Rheinhessens, die sich trotz Abschied von der handwerklichen Landmetzgerei hin zum modernen, aber traditionellen Meisterbetrieb weiterentwickelt hat und auch in Zukunft die Qualität der Produkte sowie die Zufriedenheit der Kunden bedingungslos in den Vordergrund stellt. Unser stetig gewachsenes Familienunternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter in zwei Produktionsstätten und eigenen Werksverkaufsfilialen. Die Landmetzgerei Sutter ist stets auf dem neuesten Stand der Technik und seit den 50er Jahren ein traditioneller Meisterbetrieb. 1953 übernahm Karl-Joachim Sutter die Metzgerei und Gaststätte Gesellgen in Gau-Bickelheim. 1981 Gründung der Sutter GmbH mit Filialen in Mainz, Wallertheim, Flonheim, Birkenfeld, Ida-Oberstein und Gau-Bickelheim. 1990 Eröffnung der neuen Produktionsstätte in Wörstadt mit 3200 Quadratmetern, seit 1995 stetige Erweiterung in Wörstadt auf inzwischen 12.000 Quadratmeter. 2004 bis 2006 Bau der Produktionsstätte mit 24.000 Quadratmetern in Gau-Bickelheim. 2009 Modernisierung des Werksverkaufs in Wörstadt und Erweiterung der Kühlkapazität in Gau-Bickelheim um 2500 Quadratmeter. Ab 2010 weitere Werksverkaufseröffnungen zunächst in Bad Kreuznach, 2011 in Ingelheim und 2013 Eröffnung des Werksverkaufs in Worms und der Eventlocation Landhaus Sutter in Gensingen. Hygiene ist im Hause Sutter das oberste Gebot. Strikt getrennte Umkleidekabinen von Straßen und Produktionskleidung sowie Trennung zwischen Produktionsmitarbeitern und Mitarbeitern aus dem besonders sensiblen Verpackungsbereich sind für optimale hygienische Arbeitsabläufe unumgänglich. Für eine erforderliche Zwischenreinigung wie zum Beispiel das Händewaschen sind in allen Abteilungen entsprechende Hygienestationen installiert. Neben komplett weißer Kleidung ist das Tragen einer Kopfbedeckung, die durch unterschiedliche Farben die verschiedenen Positionen und Abteilungen erkennen lässt, Vorschrift. Ebenso ist im Verpackungsbereich das Tragen von Einmalhandschuhen und sogenannten Astrohauben, welche den gesamten Kopfbereich abdecken, Pflicht. An allen Ein- und Ausgängen befinden sich Hygieneschleusen. Ein Betreten der Verarbeitungsräume ohne, dass Schuhsohlen gereinigt und Hände desinfiziert werden, wird somit vermieden. Kompromisslose Kontrolle der eingehenden Ware. Die Gewährleistung der hohen Qualität beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe und wird nach diversen Warenannahmekriterien kontrolliert und dokumentiert. Vielfältige Sicherheitsvorkehrungen sorgen für einen größtmöglichen Schutz vor Fremdkörpern in der Produktion. Sämtliche Endverpackungen werden einer Metalldetektion unterzogen. Modernste Kochanlagen sorgen für eine schonende Pasteurisierung bestimmter Wurstspezialitäten. Wir verbinden handwerkliche Tradition mit modernstem Know-how. Während der Produktion sorgen fachlich versierte Mitarbeiter dafür, dass mit modernen Technologien und Maschinen durch konsequente Einhaltung der Rezeptvorgaben und Verfahrensweisen unsere Produkte die garantiert hohe Sutterqualität erreichen. Wir verwenden für den Lebensmittelhandel keine Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. Ausnahmen bilden jedoch hier zum Beispiel Wurstwaren mit einem Käseanteil, was entsprechend gekennzeichnet ist. Weitere schriftliche Hinweise finden Sie in unseren Werksverkaufsfilialen im Ordner Kundeninformation Zutatenliste. Neben der traditionellen Herstellung von Kochschinken und Würstchen umfasst unser Sortiment auch Artikel aus dem Convenience-Bereich. Hier werden zum Beispiel vorgefertigte Soßenzubereitungen über automatische Abfüllanlagen in entsprechende Menüschalen dosiert und mit gebratenem Fleisch angereichert. So können unter anderem Spezialitäten wie Chili con Carne und Schaschlik hergestellt werden. Deutschlands liebste Zwischenmahlzeit, die herzhafte Currywurst, wird bei uns, der Landmetzgerei Sutter, im gleichen Verfahren zubereitet. Auch Leberkäse in unterschiedlichster Auswahl, deftige Fleischwürste, Aufschnittvariationen, typisch rein hessische Hausmacherwurst-Spezialitäten oder frische Salate aus eigener Herstellung sind nur einige Beispiele aus unserem umfangreichen Sortiment. Die hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren aus dem Hause Sutter werden per Speditionen und auch mit firmeneigenen Kühlfahrzeugen zügig ins gesamte Bundesgebiet sowie in nahezu alle europäischen Länder geliefert. Durchschnittlich verlassen täglich ca. 600 bis 800 Paletten die Landmetzgerei Sutter. Neben dem Handel beliefern wir unter anderem auch weitere namhafte Lebensmittelhersteller. Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der Landmetzgerei Sutter werden jährlich mit Auszeichnungen prämiert. DLG und akkreditierte Einrichtungen bestätigen fortlaufend die kontinuierliche hohe Qualität und Leistungsbereitschaft. Durch unabhängige Institute, zum Beispiel den TÜV Nord, werden die internen Standards, die Food Defense und das HACCP-Konzept lückenlos überprüft und vom erzielten IFS-Ergebnis auf höchstem Niveau dokumentiert und unterstrichen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen bilden einen zusätzlichen Schwerpunkt im Hause Sutter. Die Fakten? Eigenes Klärwerk mit umweltschonender Filtertechnik, Wärmerückgewinnung, umweltverträgliche Reinigungsmittel, entsprechendes Einkaufsverhalten bei der Auswahl an Rohstoffen, um nur einige zu nennen. Auch in Zukunft belohnen wir Ihr Vertrauen mit verbrauchersicheren Lebensmitteln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.